Einen wunderschönen, da bin ich schon wieder, euer Odin und ich begrüße euch zum Hardware-Video der Marshall CV502-U3. Das ist eine 1080p Webcam mit 50 FPS und 60 FPS, also unterstützte. Ich habe dir jetzt eben schon im Unboxing mal die Linse rausgeschraubt, weil ich weiß jetzt nicht, wie wenn ihr die jetzt einzeln bestellt, ob, weil ich habe jetzt so einen extra Karton gekriegt, da ist auch nochmal eine Linse drin, die hier auch nochmal extra geschützt ist, mit so einem langen Gewinde. Und wenn wir das jetzt hier abmachen, so sieht die aus. Seht ihr das? Ich denke mal, das wird ein Fischauge sein. Ich weiß es nicht, ich habe mal nicht großartig nachgelesen. Die lassen wir auch hier mal drinnen. Die Gewinde ist wirklich ziemlich lang und die Originale, wenn ihr die kauft, habe ich im Unboxing schon gezeigt, da ist auch so eine Schutzkappe drauf. Und die sieht dann so aus. Die ist so ein Stück kleiner, hat sie. Die ist so ein Stück kleiner. So, und jetzt sieht dann nämlich so aus. Da habe ich sie rausgeschraubt, da hinten ist die ganze Optik. Und die kommt dann einfach so oben rauf gesetzt. Passt mit dem kleinen Metallring auf. Und dann einfach schrauben. Wie gesagt, die Winde ist ziemlich lang. Und schon ist sie drauf. Und dann kann man auch wahrscheinlich verstellen, dass die Sicht ein bisschen besser wird. Wir haben auch, wo habe ich es hier? Hört ihr das? Das ist kein Plastik. Die komplette Kamera ist aus Metall. Und die wollen wir jetzt erst mal zusammenbauen. Im Unboxing habe ich auch schon gesagt. Der USB ist doppelt so dick wie ein normaler USB-Kabel. Und das ist der Anschluss für die Kamera. Ich werde den mal so machen, dass ihr das vielleicht ein bisschen besser seht. Und hier sieht das aus wie von den alten VGA-Anschlüssen. Das wird jetzt hier einfach raufgesteckt und dann festgeschraubt. Damit da auch nicht irgendwie was locker geht und auf jeden Fall ein Bild weg ist oder irgendwas dergleichen. Nicht zu fest. Das muss ja dann auch später wieder abgehen. So. Und dann ist die fest. Und dann müssen wir die natürlich noch festmachen. Ihr habt zusätzlich dann noch zwei so Metallringe. Die brauchen wir wahrscheinlich gleich. Und zusätzlich habt ihr auch noch, habe ich im Unboxing schon gezeigt, so eine Linsenabdeckung. Die können wir jetzt hier mal aufmachen. Die war noch nicht auf. Das ist jetzt für die Kammer, für die Linse. Einmal um die Linse zu schützen. Und ihr könnt dann auch sicher sein, falls es sein sollte. So. Ihr könnt nicht beobachtet werden, weil die Linsenabdeckung drauf ist. So. Jetzt müssen wir die festschrauben. Das ist im Prinzip, ich richte euch mal jetzt nach unten, kinderleicht. Wir haben hier dann, wie sagt die beiden, Metallschrauben. Metallschrauben. Für die Winde ist das da. Die müssen wahrscheinlich hier oben rauf, oder? Nein, die muss nicht da oben rauf. Die auch nicht. Nee, die muss nicht hier rauf. Dafür ist die Winde viel zu groß. Dafür, dass die hier rauf muss. Ist doch nicht Metall, ist Plastik. Nee, das lassen wir dann einfach mal ab. Und dann müssen wir das einfach hier nur raufschrauben. Und zwar einfach ranhalten. So. Und dann haben wir hier hinten so einen Nippel, den man hier hoch machen kann. Ich zeige euch das mal so. Und dann können wir das dann einfach so raufschrauben. So. Und wenn es fest ist, nicht immer dran denken, fest kommt ab, dann klicken wir das Nippelding hier einfach um. Und wir können die Kamera jetzt hier frei bewegen. Aua. Jetzt ist sie fest. Dadurch können wir sie jetzt hier nicht mehr schieben. Und dann können wir uns hier praktisch sozusagen mit der Universalhalterung können wir sie dann am PC festmachen. Entweder am Bildschirm. Oh, das ist ja cool. Im Bildschirm oder am Laptop. Und die hat dann halt hier so einen Anti-Rutschschutz, den man halt auch noch rausklappen kann. So. Und dann haben wir hier die Kamera. Die können wir dann halt variieren. Und wir können auch, wenn wir das jetzt hier wieder ein Stück lockerer machen, so. Die Kamera komplett nach vorne holen zum Beispiel. noch ein bisschen gerade halten, so. Und dann ist die Kamera auch weiter vorne. Könnt ihr das sehen? Ja. Also so wie ihr die eine hättet, ob sie so ein Stück weiter vorne sein soll oder lieber ein Stück weiter hinten oder so. Könnt ihr euch dann komplett aussuchen. Bei der Halterung haben wir dann hier auch noch mal Marshall stehen. Seht ihr das? Ja. Ich glaube, doch, das müsst ihr da sehen. Marshall. Und wie gesagt, wenn ihr die jetzt so am PC dran habt und die jetzt noch nicht so richtig sein sollte, da das hier oben komplett fest drauf ist, könnt ihr den Metallbügel hier praktisch damit hoch runter machen. Ihr könnt die auch schwenken, indem ihr unten die Schraube wieder festmacht oder so. Ein bisschen geht es auch, wenn die Schraube fest ist. Könnt ihr so auch schwenken. Links, rechts, oben, unten. Also oben, unten halt mit dem Metallbügel. Und der ist wirklich, dass ihr das vielleicht besser seht. Hört das. Hört man das? Das ist pures Metall. Pures Metall. Wofür die mitgelieferten Dinger jetzt hier sind, das weiß ich nicht. Bei der Kamera, also bei meinem Modell jetzt hier, weil, wie gesagt, das ist ein Kombimodell, also ein Bundle, war jetzt auch direkt für die Kamera keine Anleitung mit bei. Das werden wir uns dann später angucken. So. Jetzt müssen wir das hier alles erstmal wieder wegpacken. Und dass es nicht verloren geht, weil wenn wir das zurückschicken, muss das alles wieder vernünftig eingepackt werden. So. Ich bin schon so gespannt, was die Kamera für ein Bild machen wird. Wie die optisch aussehen wird. da bin ich richtig, 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 richtig heiß drauf. Nicht wundern, das ist gerade der Eierkocher von meiner Frau. Und wir gucken uns aber jetzt nochmal die Linse an. Weil, wie gesagt, ich habe ja die Ersatzlinse. können Sie sehen, doch, die ist vielleicht einen Tick größer. Das ist eine 6mm IR 1 Schrägstrich 2,5 3MP C. Also ich denke mal, das 3MP steht für Megapixel. Ich bin mir da jetzt gerade überhaupt nicht so sicher. Und bei der Linse, die gleich mit bei war, also drauf war, kann auch sein, dass der, der das vor mir getestet hat, das schon mal ausgetauscht hat. Das kann möglich sein. Das ist eine 2,3 Millimeter IR 1 Schrägstrich 3 3,5 MP. Ja, da bin ich mal gespannt. Alles weitere werden wir uns dann gleich im Hardware-Video im zweiten Abschnitt des Hardware-Videos angucken. Oder ich mache da wahrscheinlich dann nochmal ein extra Video, wo wir denn uns die Software angucken. Das weiß ich nicht. Entweder kommt hier hinter die Software und ein Vergleich oder ich mache nur die Software hinter und ein Vergleichsvideo extra. Das habe ich, da weiß ich es noch nicht, wie ich es am besten machen werde. Ihr wisst, ich bin da eher der spontane Typ. So, dann soll es das jetzt dazu auch gewiesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Wenn ich euch damit helfen konnte, ein Däumchen wäre, ein Träumchen. Wie gesagt, entweder kommt hier hinter noch was oder ich mache ein neues Video Hardware 2 oder ich weiß es noch nicht. Im nächsten Video wollen wir uns jetzt mal zum zweiten Teil des Bundles erkundigen. Und zwar das Mikrofon und den USB. Den können wir jetzt hier noch schnell auspacken, würde ich sagen. Der ist eigentlich auch, wie gesagt, zugeklebt. hier. Aber da ich den schon bei anderen Presseleuten war. So, hier haben wir dann einmal so ein Ding. Und hier ist der, der ist ja schmal, von Anker. Das ist ein USB 3.0 mit 4x USB. Der ist dann halt praktisch. Kann ich euch auch nochmal zeigen. so hier drinne. Bei mir war es jetzt verkehrt rum. So. Nur mal schnell nochmal einpacken. So ist er denn da drinne. Achso, falsch rum. Moment. Moment, Moment, Moment. So rum. So. Guckt er euch von oben an. Bei mir war er jetzt andersrum. Mit schwarzen war er oben. und wenn er dann aufmacht, dann sieht das halt so aus. Und da sind dann halt auch noch Stromkabel mit bei und so was alles. Achso. Das sehe ich gerade. Das ist ein englischer Stromkabel. Das werden wir uns im, ach, machen wir jetzt hier einfach gleich mit. Im englischen Achso, dann kann ich es gar nicht betreiben mit Strom. Der USB geht. Da muss ich einen Wandadapter von mir nehmen. Aber den kann ich nicht gebrauchen. Das ist ein Wandadapter für England. Deswegen der erstmal überflüssig. Mal gucken, wie wir das jetzt hier vernünftig rein kriegen. Vielleicht schließe ich den auch direkt an meinem PC an. Das weiß ich noch nicht. Ich denke mal nicht, dass wir den USB hier brauchen werden, weil mein PC ja noch USB hat. Aber wir werden auf jeden Fall testen. der USB Hub ist nicht zu verachten. Das war jetzt dafür, weil in der Anleitung steht, die ich damit beigekriegt habe, dass die Kamera an den USB Hub soll und der USB Hub, da kommt auch dann nochmal das Mikrofon ran und der USB Hub dann logischerweise zum PC. werden wir uns dann gleich angucken. So, nichtsdestotrotz mache ich jetzt hier einen Cut. Wir sehen uns entweder im nächsten Teil des Videos oder in einem neuen Video dazu wieder. Das weiß ich noch nicht, wie ich es mache. Bis dahin, haut da rein, Ahoi, sagt euer Ahoi, 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 Ahoi,